Hallo Welt, da sind wir wieder. Und sie haben mich schon wieder beschimpft als kleiner Mistfink. Wo sie solche Worte aufgeschnappt haben. Doch bestimmt nur in der Mutantenschule. Geht ja nur. Die sind über mir. Alle drei, vier. Alle vier sind über mir. Da oben müssen die sein. Oh, ich hab nur noch fünf. Weg. Schade. Nur noch fünf Schuss dafür. Habe ich denn echt keine bessere Waffe? Waffen, Molotow-Cocktail. Na gut. Splittergranate. Peng. Planke, die kann auch weg. Ablegen, ja. Und Schlagrin. Ich hab doch hier einen mit Stacheln sogar. Weg damit. Leuchtpistole. Überhalte ich Jagdgewehr. Nochmal, was hatte die Laser? Die hatte eine Feuerrate von 50, was gar nicht so schlecht ist. Äh, gar nicht mal so übel ist. Und 24 ansonsten. 37 hätte ich hier noch. 34, 37, 19 nur. 37, das Jagdgewehr. Teste ich das mal. Brauche ich vielleicht nur zweimal zu treffen. Ach, hier geht's rauf. Aha. Oh, ein Schuss nur? Ne, vier. Ja, die kann zwar was, aber... Ich wurde auch getroffen. Stimpack. Hilfsmittel. Da hab ich doch irgendwas zu essen aufgesammelt. Hier, zwei Stück sogar. Mh, das schmeckt. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Für eure Überheblichkeit. Warum lockt ihr mich hierher? Ich hab doch sofort gewusst, dass hier niemand ist. Hier wird niemand sein. Das sag ich so. Was? Schon Angst? Na, ich muss nur warten. Ein Schuss. Fünf Schuss. Na gut. Hierher, Mensch, Mensch, Mensch. Haben Leck. Uah, Zeitverschwendung. Du ruhig. Puh. Ganz schön spannend, oder? Okay. Darf ich sein? Darf ich sein? Ich bin auch super. Moment, Moment. Halt. Nicht so schnell. Ach, Mann. Kehr. Ich war doch ein bisschen... Ich musste doch erst mal gucken. Oh, hier bin ich. Schon wieder hier rein. Diesmal speichere ich aber. Leidend. Leidend. Jawohl. Und jetzt ab in den Kopf. Nein, 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 nein. Oh. Doch. Oh, Mann. Ja, das ist wieder nicht die richtige Waffe. Die kann zwölf wenigstens. Jetzt aber. In den Kopf. Und das bringt wieder nichts, weil er diese dämliche Mütze auf hat. Nein, 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 nein. Ich schieße doch. Ach so. Okay, nochmal hiermit. Es ist so mächtig warm hier. Ich glaube, ich habe zusätzlich auch noch Fieber bekommen. Jetzt aber. Einmal nur. Boah, ey, das kümmert ihn überhaupt nicht. Genau ins Gesicht geschossen habe ich ihm. Ja, es wird aber besser. Ab Level 17, wenn ich den Schalldämpfer habe, wird es besser. Erhaut ab? Wie? Du versteckst dich vor mir? Wie? Hat sich was mit Verstecken? Ah, ich bin tot. Ach, das ist ja alles andere als witzig jetzt im Moment. Dieser eine. Naja, ich habe jetzt die Waffe nicht mehr. Diese Laserpistole da. Und die war doch gar nicht schlecht. Okay. Hiermit nochmal. Ich habe noch Q gedrückt. Ich brauche mal andere Löffel. Die haben wir auch ganz gut. Aber diese ist, glaube ich, noch am besten. Ja, der verzieht sich erst mal da rein. Und da könnte ich doch jetzt eine Granate reinwerfen. Wow. Das war doch einfach. Machen wir mal das Gleiche. Oh. Was? Nein. Nicht abstürzen. Das war nämlich gestern auch so. Da ist es dann irgendwann im Wetzmodus gewesen. Und dann schnell noch abgestürzt. Komplett. Ihr seid zu dritt. Jetzt jammer nicht rum. Das sehe ich doch genau hier in meinem Radar. Das ist alles so hell. Ich glaube nicht. Ich glaube, ihr müsst reinkommen. Viel eh. Heute kein Blut vergießen. Ach so. Ja, dann. Haben die darüber gefunkt? Über dieses Pult hier? Radiostationen oder so? Ach, das eine ist wieder so ein billiger Hund. Die super mutanten Hunden. Die sind hier. Da ist die Treppe nach oben. Okay. In den Pupo. Jetzt kommen die Treppe runter. Komm runter. Komm rup. Komm die Treppe runter. Die Treppe. Du hast mich doch gesehen. Du weißt doch, dass ich jetzt unten bin. Na komm schon. Ich mache es auch ganz schnell für dich. In den Kopf. Auch wenn er so einen Scheiß da auf hat wieder. Ein Treffer. Und ja, das wäre schon ganz gut. In den Kopf. Glanzleistung. Super. Zwei sind noch da. Aber das hört sich an, als würden sie irgendwo links stehen. Was hat der denn alles? 38er. Kurzimpro. Gewehr und Brustkorb. Wirbelsäule. Dass die immer so einen Scheiß mit sich rumtragen. Das ist dieses Gewehr. Das kann doch bestimmt nichts tun. Nein, ich mache es mal mit. Was? Schon Angst? Oh yeah. Mhm. Ich sehe sie nicht. Das geht noch weiter hoch. Aha. Aha. Ja, die haben uns bestimmt hier nur hergelockt. Hoffentlich kann ich dieses Funksignal dann ausschalten. Aufbereitetes Wasser und Blutpaket. Alles gut. Wenn ich mal Blut brauche. Und das werde ich bestimmt. Oh Mann. Ich wäre hier fast runtergestürzt. Okay. 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 Die kriegen wir noch. Zwei. Oh, der hat ein fettes Ding. Oh, kann ich noch weg? Nein, kann ich nicht. Oh, so einer ist das. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie viele Handgranaten ich noch dabei habe. Die verfeuere ich dann alle einfach nach oben. Hm. 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 Was? Schon Angst? Hahaha. Oh, das war es. Eine einzige habe ich nur noch. Kuh, kuh, kuh. Ich habe noch gekuht. Mann. Man ist so verwöhnt von den Vorgängerteilen. Man konnte mal Kuh drücken. Oder V war das da ja viel mehr. Und dann konnte man sich, wie ich gerade schon sagte, alle Zeit der Welt nehmen. Hahaha. Habe ich jetzt keine Granate mehr, oder? So, versuchen wir mal gucken. Granaten. Haben die vielleicht auch was gegen Feuer? Molotow-Docktails hätte ich noch ein paar. Versuchen wir das mal. Sechs Stück. Blute, Blute, Blute. Boah. Die Maus. Ist aber auch hartnäckig manchmal. Boah, auf jeden Fall habe ich sie doch gut verletzt, oder? Feige, Menschen-Sau. Da bewegt sich auf jeden Fall mein Ziel. Ach, wahrscheinlich überall hier bewegen sich noch Ziele. Das ist wahrscheinlich. Hierher, Mensch, Mensch, Mensch. Haben lecker Liefe. Das wird ein guter... Na, hier habe ich doch deinen Kollegen auch schon... Oh, zu Schrecke gebracht. Jetzt aber schnell in den Kopf. Ein Treffer, noch ein Treffer, noch ein zweiter Treffer. Zwei Treffer, zwei Treffer, einer noch. Nee, er ist schon da. Gut. Er ist schon gefallen. Oh, was war das, eine Bläfliege? Bläfliege-Fleisch hat er dabei. Das konnte ich noch sehen. Dann war es schon um mich geschehen. Ja, da oben, da krieg ich doch auch keine Abkriege. Was? Guck mal. Der bekommt jetzt erst mal saftige Ladungen an Molotow-Cocktails. Von wegen. Ich muss auch loslassen, die Taste. Das dauert. Vielleicht noch nicht irgendwie ein Stimpack, habe ich doch jetzt wieder. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe Hilfsmittel. Irgendwas Gutes zum Essen. Ja, für den letzten, nämlich doch jetzt kein Psycho-Jet. Hm, ii. Schmutziges Wasser. Ziemlich radioaktiv. Ach, dann müssen wir durch. Hm. Oh. Der kann aber sein Ding schnell starten. Bei mir dauert das immer ewig. Bis da erst mal vorne was rausfliegt. Aus der Mündung. Fist. Der hat einen Namen. Die mit Namen sind immer besonders schwer zu kriegen. Oh, wow. Jetzt habe ich wieder... Ich, ich, ich. Ich habe schon wieder so doof abgespeichert. Nee, nee, nee. Och. Aber vorhin, als ich gespeichert habe, stand er doch noch nicht da. Ich habe doch zurückgedrückt. Oh, was soll ich jetzt machen? Muss ich jetzt alles nochmal machen? Bis hierhin. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Noch sterbe ich hier am Schluss. Ist das nicht ein Bild? Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.